Ich bin gerade am zocken. Was gibt es? Altes Gusswerk in Ilse. Wir sind unterwegs. Dies sind die Hallen der ehemaligen Gießerei Pleißner. Nach 119 Jahren Betrieb schloss das Traditionsunternehmen im Juli 2017 die Tore. Seitdem verfallen die Gebäude ungenutzt. Malte Gusswerk in Ilse. Bis zum nächsten Mal. 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 Das Lichtspiel ist kathedralenhaft. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.